Weißt du, was ich heute Morgen gedacht habe? Nee. Um wirklich ökologisch zu leben, da reicht vegane Ernährung nicht aus. Wir Menschen müssen uns abschaffen. Was? Ach so, du meinst, bevor uns die Erde abschafft. Ich mag deinen Humor, mein Lieber. Speziell. Sehr speziell. Gut, aber wie stellst du dir das vor? 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 Gut, aber wie сделал Du? Gut, aber wie stellst du dir das vor?